Moin Moin, herzlich willkommen bei Monty und Todde. Ich bin der Monty und weiter geht's mit der zweiten Folge Skulls of the Shogun. Nachdem wir die erste Folge ja jetzt hinter uns gebracht haben und auch damit das erste Level, wollen wir mal gucken, was das zweite Level so bringt. Erstmal Kaffee trinken. Erstmal Kaffee trinken. Ist nur früh. So, wollen wir mal gucken. Ein Wanderer Bogenschütze. Na, den nehmen wir doch gerne mit, oder? Bitte, 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 komm mit. Juhu. Ach ja. Nee, jetzt ist es wohl nett. Okay. Finde ich gut, finde ich gut. Sehr sympathisch, der Kerl. Ja. So, er kann nicht mehr. Jetzt kommt er. Mein zweiter Bogenschütze. Oh, und der erste ist weg. Oh ja, da ist noch mal, da haben wir nicht mehr Verstandschirm machen. Hau auf ihn mit Gebrüll. Patz. Plan war, dass ich ihn ein bisschen in die Richtung zu schieben, in der Hoffnung, dass ich ihn dann mit meinem, ja, anderen erwische. Ja, komm. Zack, Patz. Da kann ich mir so viel Schaden ausrichten, weil er nur weniger als drei, äh, TP hat. Das ist sehr gut. Nein, er hat einmal in der Bogenschütze. Ah, passiert. Kann ich mit Leben, oder? Dann kann ich mit Leben. Weil... Ja, wie soll ich sagen, ne? Er ist weg. Oh. Sing. So, mein General ist, glaube ich, als... Ähm, ja. Ja. Die letzte Spiele, mein General hat Schaden genommen. Aber, ich werde jetzt einfach mal dafür sorgen, dass mein General ein bisschen happer, happer macht. Und den einen oder anderen Schädel zu sich nimmt. Ups. Damit ich ihn in Dämonenformen kriege, was natürlich beim General auch nicht schlecht ist. Bei den anderen Einheiten ist das auch nicht schlecht. Bogenschützen zum Beispiel in Dämonenformen machen riesen Spaß. Weil es einfach zweimal schießen, sondern somit einfach... Die Gegend, Entschuldigung. Den Gegner, ähm... Ganz schnell ausschalten können. Also, weil man zwei Schüsse abgeben kann. Das finde ich schon ziemlich cool. Ähm... Aber mal schauen. Ach, er denn? Hm. 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 Was ist denn noch rein ? Ja. Okay. Oh. Oh. Ist der gut? Nur. Der Betrüger. Auf ihn mit Gabriel. Okay. Okay. Karte Ruhe. Oh, Minus. Kann man mal einen Seelenwall? Oh, er schießt. Kann er das? Nein, kann er nicht. Oh, 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 oh. So, nö, nö. Jetzt schießt er leider. Oh, nö. Ja, schade. Oh Mann, Kaffee. Kaffee ist wichtig. Oh. Nur gut, nur gut. Im General ist ja jetzt hier... ...aufgepowert. Und boxt einfach mal die beiden runter. Passt, passt. Was, er kann kontern? Verdammt. Also, 3 TP runter. Mach mal eben Happa, Happa. Nochmal Happa, Happa. Ah, kann er nicht. Oh, das stimmt, ja. Die töten wir jetzt mal. Das finde ich gut. Na ja. Klatsch. Nein, noch nicht. Ich will den ein bisschen von der Kante weg. Nicht, dass er da gleich runtergeschubst. Das ist ja nicht so schön. So, jetzt beenden wir den. Natürlich. Jetzt können wir den super beenden. Ah, geschafft. Danke. Kann ich jetzt noch was aufsammeln hier? Sehr gut. Er macht eben Happa, Happa. Kann er auch noch mehr Happa, Happa machen? Ja, super. Eigentlich natürlich, dass ich nur noch einen Bogenschützen hab. Aber gut. Muss ich durch jetzt. Zwei wären natürlich besser. Ja. Ja, da unten muss jetzt, äh, muss man mit. Verringerten TP leben. Die sind in Überzahl. Aber die Reiter sind auch gepräsentiert, halt. Ja, die schnappen wir uns, würde ich sagen, ne. Sprich, listiger Krieger. Los, Dingerloich. Äh, listigerloich. So, ich hab gehört. Ich soll da zwei runter schützen. Gut. Huff. Ausgut zeichnet Rambo mit 2M. Und. Huff. Oh, läuft bei ihm. Ich schreibe den natürlich. Oh, er ist ja so. Und. Okay, so was. Ich dachte, es war nicht mehr los. Dann kommen wir mal rein. Ich komm mal rein. But dann müssen wir mal rein. Na, kann nicht mehr rein? Der könnte in den Bambus rein. Ah, der hat sich geheilt. Sehr gut. Sehr gut. Ich dachte, der ist nicht mehr geheilt. Ja, ist gut, Ben. Ist okay. Was ist der Gegner da raus? Ne, 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 ne. Stoße ist nicht. Das kann doch nicht sein. Was geht hier aber auch auf dem General los? Ich glaub das ja nicht. Ich hau mal gleich zu Klumpel, würde ich sagen. Ähm, ja. So, erstmal auf Oh, komm, komm, komm. Jetzt dir. Zack. Boing. Ja, ich weiß, dass du die Schädel fressen. Jetzt trau mich nicht. Ah, okay. Dann ist die Aktion weg. Dann ist er jetzt wenigstens. Gut, dann. Dann lassen wir mal Schade, schade. Ich habe gehofft, dass er doch... Nein, nicht er. Nein, nicht er. Schade, schade. Ich habe gehofft, dass er doch... Ach, stellen wir den Bambus mal. Den hauen wir uns zu Klump. Okay. Dann hauen wir ihn zu Klump. Versuchen sie jedenfalls. Ach, 4 TP, die gehe ich leider nicht mehr weg. Leider Zug werden. Ach, jetzt hoffen wir, dass man genau alles übersteht. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Was? Das ist in der Sicht. Ja. Doing. Zeig. 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 Nur gut. Ja, hau ihn. Kleine Delle. So, und dann. Unser General hat dafür ein bisschen Schade genommen. Mach jetzt mal fleißig! Hoppa, hoppa, hoppa! Okay. Okay, so, wir können da ein, drei, vier, fünf Schädel. Ich frage mich, ob bei sechs Schädeln was passiert. Na, egal. Das werden wir bestimmt irgendwann erfahren. Ähm. Interaktion. Ja, nur noch mit ihm, ne? Nein. Ja, Zug beenden, Zug beenden. Uh, uh. Äh, 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 äh. Die Radde, die Radde. Den hole ich mir. Juhu. Na ja. Äh. Da kommt Bogenschütze. Ding. Boing. Und weg. Uuuuund. Ich glaube. Ja. Die Versteigung der Behertrag. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Na? Das war ja furchtbar dumm von mir. Also. Verzicht darauf. Keine Knochen, irgendwo in hier. Damit ist die Lägel geschafft. Die Folge heute ein bisschen kürzer. Aber das ist auch mal in Ordnung. Ich denke mal, da könnt ihr leben. Wird auch wieder längere Folgen geben. Liegt jetzt auch momentan einfach noch daran, dass ich zur Zeit die Level noch kenne, weil ich einfach das einmal gespielt habe, einmal angetestet habe, den erstens drei Level. Dann habe ich die ersten drei Level einmal aufgenommen, wo die Tonaufnahme viel zu leise war. Und jetzt spiele ich es zum dritten Mal. Und das ist so. Äh. Aber egal. Die nächsten Level, da werde ich auch wieder was Neues erfahren, sag ich mal. Und da werdet ihr auch wieder viel Spaß haben. Ach so. Wir werden erstmal die Abzeichen auswürfeln mit euch zusammen, sag ich mal. Krähe. Mann, ist das eine hässliche Krähe. Dass der Sack den Skarkrow trägt in Batman sehr viel hübscher. Nun gut. Und drei, zwei, eins. Knochenklopfer. Zunge will heute nicht so, wie ich will. Die Allstar ist der Kaffee offensichtlich noch nicht angekommen. Gut. Auf jeden Fall erstmal euch wünsche ich einen schönen Tag. Ähm. Genießt den Tag. Bei mir ist es zur Zeit sonnig. Und ich nehm's auch heute auf. Also genieß. Ähm. Ich nehm's für heute auf. Also genießt den Tag noch. Schaut bei Todder rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.